Willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir uns etwas Interessantes anschauen und zwar Thailand Steuerhack 2024. Eine neue Reform bzw. eine neue Regelung soll kommen. Keiner weiss, ob es jetzt wirklich kommt oder nicht. Aber wir können uns schon mal darauf vorbereiten und ich habe einen kleinen Umweg für euch, um nicht die volle Mähten an Steuern in Thailand zu zahlen, wenn ihr nach Thailand auswandern oder bereits in Thailand lebt. Herzlich Willkommen zum neuen Video. Heute geht es um einen wichtigen Punkt und zwar Thailand. Ich bin selber gerade vor ein paar Monaten nach Thailand ausgewandert, um mir hier eine Basis aufzubauen. Und tendenziell ist Thailand ja extrem, sagen wir mal, steuerfreundlich für Ausländer, da man Auslandseinkommen nicht versteuern muss, solange man es, also zumindest war es vorher so, solange man es nicht im gleichen Steuerjahr, wie man es verdient hat, nach Thailand bringt. Okay, das ist tendenziell eher ein Schlupfloch, das war es jetzt natürlich auch von Experten und so weiter genutzt wurde. Allerdings nur viel krasser genutzt wurde von Thailändern selbst. Okay, die haben große Companies im Ausland aufgebaut, haben dort ihr Kohle verdient und haben dann sozusagen einfach ein Jahr warten müssen, um die ganze Kohle komplett steuerfrei nach Thailand zu bringen. Und das ist natürlich auch der Regierung ein bisschen Atom im Auge, speziell jetzt, wenn eine neue Regierung aufgestellt wird. Die wollen dieses Loophole sozusagen schließen. Ja, ist absolut in Ordnung. Im Endeffekt ist ist es so, man hat hier auch Möglichkeiten, um das Ganze ein klein wenig, also um das Ganze jetzt nicht so dramatisch zu sehen, beziehungsweise kleine Kniffe, die was man machen kann, um die Besteuerung nach wie vor sozusagen zum vermeiden, sagen wir mal so, also wie gesagt zum vermeiden. Im Großen und Ganzen läuft es dann auf das Ganze hinaus, was ist das Geld, was man nach Thailand bringt. In diesem Fall ist es so, Einkommen, also die die neuen Leute, die sozusagen am Drücker sind, die haben gesagt, das Einkommen muss versteuert werden, egal in was für ein Steuerjahr, beziehungsweise in was für ein Jahr es verdient wurde. Das heißt, egal wann du dieses Einkommen sozusagen nach Thailand bringst, muss dieses dort auch versteuert werden. Und das ist natürlich, ja, das ist nicht ganz optimal, denn wer, wer ist in Thailand? Sehr, sehr viele Rentner sind in Thailand. Und das ist natürlich auch so, dass dieses Geld, speziell zum Beispiel auch in Deutschland, wenn sie zum Beispiel deutsche Rente beziehen, dann wird, müssen die Rentner auch Steuern auf das Gehalt bezahlen. Das ist in Österreich genau das Gleiche. Das heißt, das ist schon besteuert worden von einem Land, wo sie das kriegen, speziell jetzt die Renten. Deswegen, ich persönlich würde mir da überhaupt keine Gedanken machen, denn Thailand hat Doppelbesteuerungsabkommen eben mit jeder Menge, jeder Menge Länder in Europa und dahingehend findet keine Doppelbesteuerung, also keine doppelte Besteuerung statt, da eben dieses Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Thailand geschlossen wurde. Okay? Das heißt, für die meisten dürfte das eigentlich, diese Änderung, die was jetzt kommt, eigentlich keine Auswirkung haben. Ich selber habe gesagt, bin kein Steuerberater oder sonst irgendwas, gell? Ich persönlich denke nicht, wenn dieses Land, Deutschland oder Österreich, eben Doppelbesteuerungsabkommen haben mit Thailand, dass Thailand hier das Recht hat, hier nachzumesteuern, beziehungsweise doppelt zu besteuern. Dafür sind ja diese Ausnahmssteuergesetze eigentlich da, dass man eben nicht doppelt zur Kasse gebeten wird. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es sich für einige andere natürlich ändern werden, speziell für die Thailänder, die was im Ausland Firmen haben und diese Kohle jetzt hat natürlich, wenn sie sie einführen, versteuern müssen. Je nachdem, was, als was das Geld sozusagen betitelt wird, wenn es eingeführt wird. Und das ist dann speziell für mich persönlich oder auch für Experts interessant, also wichtig zum Wissen, okay, was ist das Geld, was ich einführe? Es gibt derzeit frisches Einkommen, das heißt, alles, was ich zum Beispiel mit meinen Unternehmen verdiene, das ist tendenziell frisches Einkommen. Das bleibt nach wie vor steuerfrei, wenn ich es nicht nach Thailand einführe. Das ist zum Beispiel Knackpunkt Nummer eins. Ein Punkt, was Thailand nach wie vor extrem interessant macht für mich und auch Unternehmer beziehungsweise Experts. Alles, was im Ausland verdient wird und auch im Ausland bleibt, ist steuerfrei. Das bedeutet, ich habe einen steuerfreien Wohnsitz und kann mit meiner Auslandsfirma nach wie vor steuerfrei agieren, was super ist. Denn im Endeffekt bietet mir Thailand natürlich auch, indem ich eben diese Steueridentifikation habe, beziehungsweise steuerpflichtig in Thailand werde, bietet mir natürlich auch Vorteile. Ich kann einen Broker-Account eröffnen, ich kann Aktien kaufen. Zum Beispiel, ich habe einen Account bei Swissquote eröffnen können, da ich eben jetzt sozusagen eine Tax Identification Number von Thailand habe. Das heißt, es bietet sich mir jetzt im Gegensatz zu vorher, denn vorher war es für mich fast unmöglich, einen Broker-Account zu bekommen, da ich ein digitaler Nomade war und keinen Steuerwohnsitz kaputt. Jetzt habe ich einen. Mit dem Vorteil, dass meine Auslandsfirmen nach wie vor steuerfrei bleiben und auch alles Einkommen, was natürlich der Hammer ist. So, und was man jetzt natürlich bedenken muss, ist folgendes, dieses Geld, was man jetzt im Ausland verdient, solange es im Ausland ist, ist es egal, ist es Thailand komplett egal. Das Wichtigste ist jetzt folgendes, als was wird dieses frische Einkommen betiteln? Einkommen ist Einkommen und wenn man Einkommen, frisches Einkommen, nach Thailand bringt, dann muss dieses Geld versteuert werden, wenn es noch nicht versteuert worden ist in ein Land, was zum Beispiel mit Thailand ein Doppelbesteuerungsabkommen hat, zum Beispiel. Das Ganze kann man allerdings ein klein wenig umgehen und jetzt kommen wir zu unserem kleinen Tag 2024, denn im Endeffekt kommt es natürlich auch immer darauf an, als was ist das Geld betitelt. Und wie ihr wisst, auf diesem Kanal, ich persönlich und auch in der Membership arbeiten wir sehr stark mit Hebelprotokollen, beziehungsweise mit Protokollen, die uns einen Kredit auf unsere Assets gewähren. Okay, das heißt, wir locken kollateral ein und nehmen uns sozusagen in einem Money Market, wie zum Beispiel ABE, ein Schulden auf. So, wir nehmen uns einen Kredit auf. Und egal in welchem Land man sich in der ganzen Welt eigentlich aufholtet, ein Kredit, das heißt eine Schuld gegenüber einem Dritten, auf den wir Zinsen zahlen, ist nicht steuerbar. Okay, dieses Geld, das was ich mir von einer anderen Person oder einer Institution laie, auf die ich Zinsen zahle, ist nicht steuerbar. Okay, das heißt, wenn ich das Geld einführe nach Thailand und ich belegen kann, dass das ein Kredit ist und kein frisches Einkommen, dann ist das nicht steuerbar. Und auf der anderen Seite ist es so, ich nehme mir den Kredit außerhalb von Thailand, ich führe den Kredit nach Thailand ein, ich nehme diesen Kredit her, um zu leben. Und auf der anderen Seite, außerhalb von Thailand, wo dieser Kredit ja als Schuld besteht, kann ich mit frischem Einkommen diesen Kredit tilgen. Okay, und im Prinzip kann ich das eigentlich eins zu eins direkt machen. Das heißt, so dass eigentlich keine Schuld bei einem Dritten beziehungsweise bei einem DeFi-Protokoll oder auch bei einer anderen Bank zum Beispiel, Stichwort Lombard-Kredit, entsteht. Okay, in diesem Fall haben wir diesen Vorteil, den was wir immer noch haben, dass eben alles, was wir außerhalb von Thailand machen, sozusagen Thailand egal ist. Auch eben die Kreditnahme, das heißt, wenn ich zur Bank gehe und sage, hey, da fettes Haus oder ich habe Aktien zum Beispiel, zum Beispiel, also annahmeweise, wir haben bei Swissquote Aktien liegen. Okay, wir fragen an einen Lombard-Kredit. So, Swissquote gewährt uns diesen Lombard-Kredit. Was wir machen, ist folgendes, mit frischem Einkommen, was wir generieren, zum Beispiel über Firmen oder sonst irgendwas oder eben auch Rente. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich denke nicht, dass die Rentner dort Probleme haben werden, aber falls, dann kann die Rente dort auf Swissquote reingeballert werden und direkt der Kredit zurückgezahlt werden. Am besten, und vor allem ist es auch so, das ist fein zum Beispiel bei Swissquote. Bei Swissquote kriegt man für alles, was man macht, Dokumente. Okay, und diese Dokumente kann man natürlich auch vorzeigen. Und auch wenn man ins Minus geht, beziehungsweise sich diesen Lombard-Kredit nimmt, dann kann man sich dieses Dokument downloaden und dieses Dokument speichere ich mir ab und kann immer belegen, dass ich mir zu diesem Zeitpunkt, dass dieses Geld, was nach Thailand geflossen ist, ein Kredit war. Und so falle ich komplett raus aus dem ganzen Schema, da alles, was ich nach Thailand bringe, Kredit ist. Das heißt, im Prinzip leben wir kreditfinanziert in Thailand. Okay, und alles, was diese Schulden, was wir uns aufnehmen, die sind nur kurz. Okay, und diese Schulden werden mit frischem Einkommen zurückgezahlt und das war's. Die können am gleichen Tag direkt beglichen werden und erledigt. Okay, und so kann man das sozusagen jedes Monat machen. Man nimmt sich auch Schulden auf, schickt die nach Thailand, holt sich das Dokument, dokumentiert das und fertig. Geht natürlich auch, da wir hier im Kryptobereich sind. Also das ist jetzt möglich für viele Gruppen, die was hier in, also wenn das Video zum Beispiel jetzt auch andere Leute sehen, sollten die was eben im Kryptobereich nicht mehr viel zu tun haben. Das kann man jetzt zum Beispiel, wenn man eine gute Bank hat oder einen Broker hat, ich empfehle ja SwissQuote, ist meines Erachtens der Hammer, wirklich. Kann man das sehr, sehr elegant rangieren, um eben zu belegen, okay, das ist ein Kredit und ich lebe zum Beispiel kreditfinanziert und auf der anderen Seite zahle ich diesen Kredit einfach zurück. So, im dezentralen Bereich geht das natürlich auch. Das ist natürlich jetzt auch von der Dokumentation alles möglich. Wir schauen uns das Ganze jetzt einmal ganz kurz anschauen im Detail, damit ihr das auch versteht. So, grundlegend ist es so, Auslandsbankkonto, okay, wir verdienen unser Geld, egal wie, Rente oder sonst irgendwas. Wie gesagt, die Rentner bitte jetzt nicht jedes Mal, wenn ich die Rente erwähne, durchdrahen. Wie gesagt, ich glaube, dass es nicht ausschlaggebend seinen Wert für Einkommen, trotzdem erwähne ich es immer wieder einmal, okay. So, nichtsdestotrotz, so kommt jetzt ein frisches Einkommen ein, das heißt, normalerweise, die letzte Regelung, wie gesagt, wir wissen ja nicht einmal genau, ob das wirklich jetzt 2024 kommt. Ich gehe stark davon aus. War es eben so, wenn wir das jetzt im laufenden Steuerjahr einfach auf dem Konto halten und erst im nächsten Jahr überweisen, dann ist es steuerfrei jetzt nicht mehr, okay. Wenn wir das jetzt überweisen würden ab 2024, dann wäre das Ganze, wenn es frisches Einkommen ist, Steuer, muss versteuert werden. Das gilt nicht für Bestandsvermögen, okay. Wenn man zum Beispiel jetzt 100.000 Euro auf einem Konto hat im Ausland und dort eben das auch nach Thailand bringt, dann ist das Bestandsvermögen, muss nicht versteuert werden. Ganz wichtig, wenn man dieses Geld in der Zwischenzeit verzinst, dann sind sozusagen diese Zinsen, die man kriegt, wieder frisches Einkommen. Zinsen, ne, und diese müssen, wenn sie eingeführt werden, versteuert werden, okay. Deswegen, man muss immer, man kann da ein bisschen umeinander spielen, okay, was ist das Geld, okay, wenn es frisches Einkommen ist. Aber wie gesagt, wir haben den Vorteil, dass wir alles, was wir im Ausland machen, Thailand egal ist, ne. Wichtig ist das, was ist das Geld, was nach Thailand gebracht wird und in diesem Fall ist es eben ein Kredit. Und wir können das Ganze so in diesem Fall machen, folgendermaßen, auch im dezentralen Bereich. Wir haben zum Beispiel ein Bankkonto, wir schicken das Ganze, wir sammeln es in Euro, wir wollen diese nach Thailand bringen. So, wir haben einen Vault, zum Beispiel bei Aave, Liquidie oder sonst wo. Den kann man auch zu diesem Zweck zum Beispiel aufbauen. Also wir persönlich haben sowieso jede Menge Vaults laufen, das heißt, wir können diese ganz normal beüben und dann wieder direkt begleichen. Was wir folgendermaßen machen, wir haben zum Beispiel jetzt bei Aave einen Vault, okay. In diesem Fall habe ich jetzt seit Ether genommen. Hier, wisst ihr, ich habe ja meine 100x Challenge am Laufen. Ich habe hier einen Bitcoin eingeloggt und habe mir 9000 genommen, relativ am Boden, habe das Ganze gehebelt, also einen halben Bitcoin eingezahlt, auf einen ganzen Bitcoin gehebelt und fertig. So, mein Liquidationspreis ist bei 11000. So, ich könnte mir hier, wenn ich sage, okay, ich will jetzt 2000 nach Thailand bringen. So, ich gehe jetzt hier auf Borrow, okay, gehe auf USDT und sage, okay, ich will mir jetzt 2000 Dollar rausnehmen. So, ich nehme diese 2000 Dollar raus, meinen Liquidationspreis schiebt mir derweil nach oben. Ich nehme mir diese 2000 Dollar und schiebe sie zum Beispiel auf OKEx, okay. Schiebe sie auf OKEx und auf OKEx haben wir einen relativ guten und, sagen wir mal, ja, mit gutem Volumen, einen guten Peer-to-Peer-Markt in Taipat. Das heißt, ich kann diese USDT direkt zur OKEx schicken und sie auf dem Peer-to-Peer-Markt direkt verkaufen und ich kriege Taipat in mein Bankkonto. So, und was ich dort mache, ist folgendes, diese Transaktion, die ich hier mache, die speichere ich mir ab und hole mir sozusagen einen On-Chain-Beleg. Und auch, wenn ich diese USDT wegschicke auf die Exchange, was ich dort mache, dass ich sie eben Peer-to-Peer verkaufe und am Ende dann die Taipat in meinem Bankkonto landen. So, genau dieser Weg wird dokumentiert. Das heißt, dass ich mir Schulden auf meine Assets aufnehme, okay, das heißt, ich beleihe meine Assets, ich zahle dafür Zinsen, okay. Hier sieht man auch, wie viele Zinsen, und bedokumentiere den Weg von der Schuldennahme, das heißt, beleihe meine Assets, bis sie Taipat im thailändischen Bankkonto haben. So, das nehme ich mir, fertig. So, was ich dann mache, ist folgendes, ich will ja keine 2.000 Dollar mehr Schulden auf meinem Wald oben haben. Was ich dann mache, ist folgendes, dieses frische Einkommen, was ich aus Firmen oder sonst irgendwo habe, ja, tausche ich von Euro, je nachdem, welche Währung ich es kriege, tausche ich in einer Exchange um, in diese USDT wieder, gehe wieder zurück in mein Wald und gehe dann auf Payback. Payback, sage dann, okay, 2.000 USDT, die landen dann wieder in meinem Wallet, eben die kommen von der anderen Seite und die zahle ich wieder zurück. So, das Ganze mache ich innerhalb von 10 Minuten, das heißt, in 10 Minuten habe ich die Kohle, also die Schulden in Thailand als Taiwan privat und von der anderen Seite komme ich und begleiche diese Schulden direkt wieder. Das war's. Das Einzige, was ich vorher machen muss, bevor ich die ganze Begleichungs-Action mache, die Dokumentation abschließen. Okay, Schuldennahme, Weg zur Exchange, Umtausch über den Peer-to-Peer-Markt, alles dokumentiert und den Eingang der Kohle im Wallet. Okay, kann man natürlich auch anders machen, dass man das Ganze nicht über OKX macht oder sonst irgendwas, sondern einfach zurückschickt aufs normale Bankkonto. Okay, und das von dem Konto, zum Beispiel WISE, in Thai-Bot umtauscht und dann nach unten schickt. Kann man auch machen, okay, muss man auch dokumentieren. Aber, alles möglich, okay. Hierzu lassen sich natürlich auch andere Herangehensweisen heranziehen. Zum Beispiel, ein Kredit eben bei der Bank. Wie schaut es aus mit Kreditkarten denn im Endeffekt für Kreditkarten, wenn man zur Bank geht oder zum Bankkarttomaten und sich mit einer Kreditkarte, keine Debitkarten, einer Kreditkarte, wo man sich einen Kredit aufnimmt bei der Bank direkt, nimmt man ja auch Schulden auf. Okay, man nimmt sich Schulden auf. Und diese Schulden kann man dann bei der Bank direkt außerhalb von Thailand wieder tilgen. Und das war's. Das heißt, selbst mit Kreditkarten, richtigen Kreditkarten, wie gesagt, keine Debitkarten, sollte dieses eigentlich auch möglich sein. Denn im Endeffekt nehmen wir uns Schulden auf. Wir nehmen uns Schulden bei einer dritten Partei auf, auf die wir Zinsen zahlen. Und Schulden sind nicht steuerbar. So, genau. Das sind sozusagen die Möglichkeiten, wie man hier vorgehen kann. Gut. Das ist jetzt mein zukünftiges wahrscheinlich Vorgehen, wenn ich Geld auch nach Thailand bringen will. Denn im Endeffekt ist es so, meine Auslandsfirmen erwirtschaften eine gute Kohle. Und wenn ich ein bisschen was brauche, dann wäre es natürlich auch fein, das Ganze aufzurampen. Ich persönlich wäre es wahrscheinlich, wenn ich Kohle brauche, über Swissquote machen. Oder eben über OKEx, über den Peer-to-Peer-Handel, über die Vaults, die ich eh schon habe. Genau. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich würde persönlich auch nur das Geld nach Thailand bringen, das was ich verwende. Und ich persönlich, falls das Ganze so nicht funktionieren sollte, bei dem wir jetzt nicht ausgehen, selbst dann würde ich sagen, okay, was brauche ich in Thailand? In Thailand ungefähr, ich habe schon mal eine Rechnung gemacht auf dem Kanal, ungefähr 1.000.000 Baht, groundabout, okay, da kann man eigentlich pipi fein leben, da geht auch nichts ab. Und man zahlt ein bisschen was bei 11,5 Prozent oder sowas, was man an Steiern zahlt. Das sind, glaube ich, 115.000 Baht, was man zahlt auf 1.000.000 Baht und das war's. Selbst da ist, da eben mein Auslandseinkommen immer nur im Ausland steuerfrei ist, immer noch extremer Vorteil gegenüber vielen anderen Ländern, okay. Und die Lebensqualität, Infrastruktur und alles drum und dran ist einfach nur der Wahnsinn, deswegen, weil ich persönlich jetzt nicht deswegen wieder abhaben, okay. Genau, ich war selber gerade das 20 Jahre Elite Visa in Progress, um nur eben das bessere Rating zu kriegen. Der einzige Punkt, und das muss ich auch dazu sagen, der einzige Punkt, wo ich sagen würde, ich würde mich wieder relocieren, das heißt, wieder auswandern aus Thailand, wäre, wenn sie Auslandseinkommen allumfänglich besteuern wollen würden, das wäre ein Deal Breaker. Das wäre der Obergau für mich persönlich. Deswegen, genau, da muss man aber dann einfach am besten einen Kompromiss finden, eventuell auch so Richtung Perpetual Traveller wieder oder man muss sich einfach einen anderen Ort suchen. Genau, gut, das war's für dieses Video. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was mitnehmen können, ist ein bisschen länger geworden. Lasst mir gerne eure Meinungen zu diesem Thema in den Kommentaren wissen und wenn euch eure Videos gefallen, gebt mir gerne ein Like auf das Video und vergesst mir meinen Channel nicht zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.